Ja, hier ist Frank. Hallo Frank. Ja, du, ich komme jetzt erst mal hier nicht weg. Warum sprichst du denn so im Brocken? Bist du im Harz? Sondern ist es jetzt besser? Ja, jetzt ist besser. Ja, ich bin mit den Kindern auf dem Weihnachtsmarkt und es wird ein bisschen später. Los, Frank! Ja, nimm dir Zeit, aber beeil dich. Achim kocht schon. Bis dann. Tschüss. Der Weihnachtsmarkt, der Weihnachtsmarkt kann jedes Herz erfreuen. Und wer sich vor dem Weihnachtsfest hier irgendwann mal sehen lässt, der wird es nicht bereuen. Weihnachtstüfte, Tannenbäume, viele bunte Lichter, Glockenspiel und Kinderträume, glückliche Gesichter. Und der Weihnachtsmann, der lacht, denn ein Foto wird gemacht mit dem Jüngsten auf dem Schoß. Achtung, fertig, es geht los. Und wenn das Kind nicht will, muss die Oma ran, die hält ganz still. Der Weihnachtsmarkt, der Weihnachtsmarkt kann jedes Herz erfreuen. Und wer sich vor dem Weihnachtsfest hier irgendwann mal sehen lässt, der wird es nicht bereuen. Zuckerwatte, Pfefferkuchen, Schokoladenpüppchen, Glühwein muss man auch versuchen und ein Erbsensüppchen. Süße Mandeln, frisch gebrannt, eine Bockwurst aus der Hand. Ja, auch die ist lange schon eine schöne Tradition. Und hinterher zu Haus fällt das Abendbrot natürlich aus. Der Weihnachtsmarkt, der Weihnachtsmarkt kann jedes Herz erfreuen. Und wer sich vor dem Weihnachtsfest hier irgendwann mal sehen lässt, der wird es nicht bereuen. Das war's.